Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play GTA 5. Wir sind immer noch da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und wollen nach Hause zum Michael, um da mal weiter zu machen. Wäre doch, denke ich, ein ganz guter Plan. Vielleicht soll ich auch gucken, wo ich hinfahre, nicht nur auf die Map, weil ich mir jetzt gerade immer nicht so ganz sicher bin, wie ich da am besten rauskomme. Ich finde die Hills hier etwas verwirrend von der Straßenführung manchmal. Es wäre ja auch mal ganz schön, wenn man so ein Auto mal so fünf Sekunden ganz lassen könnte. Ich wollte gerade sagen, dass ich ihn wieder nicht hin, da fahr ich bestimmt gleich in einen rein, da hinten rollt er, während ich dann reingefahren bin. Das Gefühl hat mich nicht getäuscht. Excuse me, ich hole mir. Excuse me, wir haben 2023. Ich stecke vielleicht mal die Waffe ein, wenn ich nach Hause komme. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund, ich will nichts, Mann. Wir wollen dein Freund, ich wäre gut, was war ich sicher. Hey Mann. Fuck. Was willst du? Ich bin dein Freund. Ich will nichts, Mann. Komm schon, deine Firma ist gut genug, oder? Das gleiche wie immer. Ja, danke. Ich mag das wirklich. Also, die Familie noch nicht zurück, oder? Nein. Ah, sie ist ein verdammt fool, Mann. Despite all das Chaos in den letzten paar Wochen, ich denke, ich habe es endlich herausgefunden. Ich weiß, es klingt schrecklich. Nein, in Wahrheit, es klingt schrecklich, du kennst. Weil du... Du bist ein killer. Du wißt du? Du bist ein Mann von Aktion. Du bist nicht auf der Bühne, du bist auf der Bühne. Du bist zurück, Mann. Wir sind zurück, okay? All we gotta go do is bust out Brad and then we're golden, Mann. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! Nein, das ist nicht das. Ich habe Geld. Es macht dich schrecklich. Ich will machen Filme. Great. Das ist großartig. Und, äh, so, woher genau das, das mich in der zweiten Aktie der Leben ist? Wir machen das letzte große Job. Und dann werden wir die Partnerschaft. Das ist nicht ein Spiel für mich. Das ist ein fucking Weg für mich. Ich habe eine fucking Familie. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Niemand schrecklich über mich. Ich mache das. Oh. Fuck. Du. Ich habe deine Gefahr. Ich habe dich schrecklich. Und dann ist es, dass alles, was ich fucking gedacht habe, war falsch. Alles. Du bist nicht tot, und du bist kein Mann. Aber was du bist? Ich bin dein fucking Schrecklich. Ja, genug mit deinen verdammten Gefahr. Ich bin dein Mann. 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 Ich habe keine Ahnung. Du, schreckloser Scheiße. Du bist fucking tot. Du bist fucking tot. Oh, fuck. Trevor. Hey. Tee. Wir sollten vielleicht selber lügen. Und wo ist Trevors Auto? Was ist beroben? Was ist Trevors Auto? Was ist Trevors Auto? Oh, nein. Es ist klar. Und die Frage. Endlich. Stopp dein Auto. Komm mal. Komm mal. Wir sprechen. Ich werde nicht hören, zu einem anderen von deinen Lachen. Hey, ich werde das alles für dich. Alles. Stopp dein Auto. Schau mal. Ich gehe da da, um es zu mir zu sehen. Du wirst du nicht verletzt. Ich werde etwas tun. Es wird ein Anti-Klimax sein. Die Grave ist im... Es ist nur ein Bagel von Sand. Etwas so. Schmerzen. Schmerzen. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie machst du das? Das Spiel ist vorbei. Ich versuche, dir eine Reise zu retten. Du hast mir genug geholfen gemacht. Okay? Schau dir das. Trevors Auto. Ich bin tot. Ich bin tot. Schmerzen ein. Schmerzen. Sprecher agent Norden. Schmerzen. Davey. Schmerzen, er note. Ich denk er weiß. Wie. Er Please. penser ist. Schriezer. Wie? Ich weiß nicht, wie. Er verwandelt sein. Aber, soll er, soll er alles ansehen. Hey, ist er sein Weg zum Xue fixiert zu Gotthausndorf um análscheern. Schmerzen. Dann wie bitte? Dann wer weiß was? Ich weiß nicht. Ich werde mal sehen, ob ich mit dem Grunde genommen habe. Ich kann nicht, aber ich... Ja, nicht mehr über das. Es ist zwischen mir und ihm. Außerdem, wenn es falsch geht da oben, ich bin sicher, dass du nicht weit von seinem Liste hast. Das ist gut zu wissen. Alles klar, dann gucken wir mal, was Trevor herausgefunden hat. Beziehungsweise kann sich der ein oder andere das wahrscheinlich sowieso denken. Der ein oder andere hat vielleicht auch schon das Spiel gespielt haben. Der ein oder andere ist vielleicht auch einfach schlau genug und konnte auch seinen Kopf benutzen. Wir parken nur mal kurz hier, solange wir verschwunden sind. In einem anderen Staat oder keine Ahnung wo. Der ist nach oben. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss hier durch. Das sind. Das Airport. Er ist aber ein hübscher Flieger. Ich sag ja, ist ja nicht schlimm, wenn wir scheiße parken, wir sind ja nicht so lange weg. Die Frage ist, ob ich mich jetzt ausblenden muss oder nicht. Ok, ne, wir fahren nochmal selbst ein Stück, mit unserem Niedwagen oder so. Das ist ein langes Auto. Ob wir haben sogar Schneeklitten drauf. Wird der Alien eigentlich immer noch da? Wie weit kann man hier eigentlich fahren? Ich hab hier noch nie gerade geöffnet. Aus suchen kann man hier auch nicht. Was passiert, wenn man da die Straßen lang fahren will? Das hat doch bestimmt schon mal jemand ausprobieren rausgefunden. Oder bricht dann die Mission ab. Dann kann man es bestimmt auch mit Mords rausfinden. Ist Michael hier eigentlich geboren? Hat ja scheinbar früher hier gewohnt. Gebe dich zu deinem Grab. Hört sich schon ein bisschen komisch an, aber machen wir. Okay, hier begeben wir uns schon mal nicht durch. Da oben sind wir begraben. Und da ist ein verrückter. Wow. Baby. Ja. 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 Ich bin so schnell, wie ich bin. Oh. Dich bin so schnell? Wie bist du hier dabei? Ja? Dirig mir, ich bin so schnell verbreitend. Geh'n rein, ach' mal. Ich schf. Ich bin so nemmache. Das ist das, was du bist. Der Mann, der nicht schf. Das ist ein blöch. Wie lange du wirst du immer liefst, Mikey, hm? Wann wird das stoppas? Was passiert, in der Himmere? Erich, kommt in der Licht. Oh, gib es ein Rast, Trevor. Es gibt nichts da. Das ist es. Moment der Wahrheit. Oh, als ob ich nicht wusste. Brad. Schau, wir machen was wir tun, um zu überleben. Das Ding, das nicht funktioniert wie es sollte. Oh, wie war das? Mit Brad in der Kahn und ich in der Erde? Oder wir beide in der Koffe? Brad wurde getötet, du hast es gesehen. Er hat es nicht gemacht. Ich wurde getötet, ich habe es gemacht. Das ist es. Ich denke, die einzige Sache, die nicht wie geplant war, war ich auf deinem Begriff, zehn Jahre später. Ich habe dich gegründet, und ich habe dich gegründet. Aber ich habe eine fucking Familie, Trevor. Wir waren alle zu sterben. Er hat sich gegründet. Du Reptilianer, motherfucker! Ich wollte es nicht so kommen. Ja, du hast! Du hast einfach nicht die fucking Balls, um es zu tun. Aber ich mache es! Ich habe mehr zu verlieren als du. Das ist nicht die Wahrheit, oder? Das ist nicht die Wahrheit! Das wurde gesagt, brother! Jetzt, schau dir die fucking Trigger! Du hast nicht die Gutsch. Geh das fucking Schuss! Wer ist das? Fuck! Fuck! Trouble, Phillips! Mr. Chohar hat eine Frage. Hey, ho, ho! Ich bin nicht der Mann, du hast dich für! Hey, tausen Sie mir, tausen Sie mir! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker! Gut, wir haben... Ja, meine Waffen sind hier abgenommen worden beim Betreten des Flugzeugs. Deswegen hab ich auch noch eine Pistole. Das ist doch ganz normal. Das ist nicht schlimm. Die kann man behalten. So, wer sind deine Freunde, Trevor? Get out of the bed! Find it! Ah! 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 ні Die haben sich schon mal selbst eliminiert. Dann treibt mich nicht die Engse, dann holt euch meinen Ehemann. Außerdem würde ich mir an deren Stelle mal Gedanken machen, wenn ich nur der Freund bin, der nichts auf dem Kasten hat, wieso ich die hier alle nacheinander erledige. Ich habe auf jeden Fall mal noch eine Waffe eingesammelt. Also wir sind schwachen Femininen. Geht sowieso Hand in Hand mit zwei Eigenschaften. Oh, da ist er. Aber die haben was gegen uns. Geht um mich. Oh-oh-oh. Geht's dir doch selbst! What the hell? Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh. Oh-oh. 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 Ja, und du hast eine Batterie, die ich mir anspringen will. Sieht schlecht aus für uns. Das ist eine Aussicht. Das ist eine Aussicht. Das ist eine Aussicht. Wie ist er? Sieht nicht die Räume. Vielen Dank. Meine Freunde mögen Sie in Nord-Yankton. Ich hoffe, dass wir sprechen können. Ha 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 ha! War das deine Leute? Oh, natürlich! Das ist eine Aussicht. Und dann bist du in dieser großen Haus. Du bist sicher sehr nah. Wie viel solltest du für seine Sicherheit geben? Ja. 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 Das ist schwer. Ich will niemals double crossen einen Freund. Und ihn in gefährlich. Aber du musst, wie du musst. Du musst, wie du musst. Ja. 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 Wir sind bei mir zu Hause. Frank und ich holen die letzte Karre für den Reichen ein. Bist du bereit? Ne. Bist du dabei? So. Entschuldigung. Gucken, ob ich so noch die Landung schaffe. Huch. Sieht ganz gut aus. Zack. Da sind wir. Ja. Ich überschreibe automatisch. Hier muss man wenigstens nicht wie bei Red Dead Redemption ungefähr 300 Mal bestätigen. Alles. Boah. Scheiße gelaufen. Macht nichts. Bei Benutzung von Flugzeugen und Hubschraubern sind jetzt automatisch Fallschirme ausgerüstet. Das ist schon mal praktisch. Dann hätten wir noch einen Auftrag bei dem D. Okay. So rein theoretisch könnte ich da jetzt eigentlich auch gerade hinfliegen oder? Geht vielleicht ein bisschen schneller. Das ist schreitig. Okay. So. Okay. So. 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 I have to go das Profile mit ist das dann so eine Baustelle oder ist das das wo wir wieder nicht drüber fliegen dürfen Bremsstrecke keine Ahnung egal scheint kein Problem zu sein da drüber zu fliegen also weiter gehts springen wir dann einfach nachher raus wenn wir sowieso jetzt mit dem Fallschirm ausgerüstet sind mal etwas auf die andere Art ich glaube landen können wir dann ja ganz in der Nähe wo ist denn überhaupt genau hier könnten wir auf jeden Fall noch unter einer Menge Brücken versuchen durchzufliegen wir sind ja im Krankenhaus war auch Flugzeug ist wenigstens schön langsam und ich krieg's jetzt nicht mehr nachher war ich zu hoch scheiße komm jetzt legen wir mal zu Devin jetzt wird's ein bisschen lauert ein bisschen windig gleich und ich krieg's mal hier zu landen das ist schlecht das ist schlecht ich hab's ja schlimmer vorgestellt jetzt bräuchte ich nur noch ein Auto gar nicht den mal kurz raus leihen wenn ich nicht so weit laufen muss ich würde dir irgendetwas die 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 Ja Ich dachte schon ich muss den ganzen Scheiß jetzt zurückfahren Dafür ist gerade erst hier hergekommen mit 100 Ohm Dann holen wir wohl mal den Wagen ab Das war's Das war's Das war's Das war's Ich nehme an dass Franklin 88 geboren ist Wenn ich mir erst mal ein Schild angucke Oh ich bin vorbeigefahren Scheiße Muss ich sowieso da rein Die dead are mostly Chinese gangsters With links to a Chinese gang called the Wei Chang Triad The grave that has been desecrated Was the nearly final resting place Yeah Gangster Moon A bank robber himself In the last major shootout in the area Nine years ago What caused his grave to be desecrated And the links between the two crimes Remain in mystery This is the temperature for easel news in Ludendorff A homeless man in Vespucci Beach says that freegans are the scourge of the community The boost homie How did it go? Any problem? You know me Puh Yeah I do know you Man I just jacked this thing So what you think? Smooth as silk I'm thinking where the blood stains and the bullet holes and shit Man fuck That amateur shit behind me I'm a professional now Like you and them old dudes So tell me what happened I saw the rise I took the rise No drama No security No one says Who the fuck is this gangly motherfucker doing in my court Nothing That's worrying man That's worrying man That's shit yeah shit Man chill Man chill Line it up on the carrier Hummer She's really my favorite gangbang That's teamwork motherfuckers Boss man's happy Then we'll get moving Man this old bust ass nigga ain't no boss Enough nigga get your ass in the truck Let's go Das kann im Leben nicht so gut alles so glatt laufen Sonora Freeway Pass Paletto Bay Is auch gar nicht auffällig mit so nem Lkw mit solchen Autos rumzufahren Hey it's uh... cozy in here Scooch up home Yeah Scooch over here Scoochin in that crazy dude? Oh hell nah that nigga stink Get over here I don't bite Damn what I heard All cannibalistic and shit Prank What you been telling him? I say what I see homie You dig on man meat Ah rumor and hearsay We got a long way to go I get comfortable Alright nigga but don't try nothing How far is it? And this thing? About four hours Shit Your operation slick Shit if you alright driving I'mma catch up on some sleep Go for it It's alright being the boss Meant to be running things But this fool's sleep Yeah I'll be asleep when your ass stop talking nigga I'll be asleep I'll be asleep I'll be asleep Hey man what that other dude? The dude that creeped on that dude? Michael? These creepin days are done Well what you mean? He stopped creepin? No more creepin for him He like retired? From, from creepin? From everything That's funny cause like The boy Frank didn't mention shit about that And as a matter of fact I don't even know the dude But considering the mutual acquaintances we got I would've liked an invite to the retirement party There weren't no party No party? I use the term retirement Euphemistically Homie For a dude that kills dudes And eats dudes And fuck dudes You talk fruity It's unconfirmed What's unconfirmed? The fact that you talk stupid Or the fact that you do some messed up shit? Or Where the other dudes at? Like Maybe he's D The last one Oh shit man Fuck Do Frank know about this? I don't know if Franklin knows But let's just let him sleep Shit Yeah Bummer But you know He wasn't a good guy He made out That dude was a killer, a thief, a liar, and irritable as shit Yeah A liar Above all else A fucking liar Homie, you sound like some bitch he ain't called Like He lied to me I am some bitch he didn't call for 10 years Fuck man, he fucked you The fucker got fucked Damn He fucked the fucker himself Shut up Man, the first time's always special I hope he was gentle with you Enough of that And enough about me fucking I don't do that As a rule Maybe when I got to LS I guess I was I was a little overwhelmed by the place I got a little out of control But that ain't who I am For the most part But the Michael fucked you Yeah The Michael fucked me And the Michael fucked Brad And the Michael ran off with the FIB Brad? Who? Who the fuck is Brad? Brad is our boy back from the day And Michael killed him? Michael got him killed He died when Michael faked his death I thought Michael died and Brad was in the pen When actually Brad was in the ground And Michael was in hiding And now Michael's dead and it's all okay? Michaels current condition is unconfirmed I said that But if he was dead you'd be cool because of this Brad dude who died whenever Yes Man I thought you and Michael were tight So did I Okay That makes a lot of fucking sense Okay That makes a lot of fucking sense Yeah That's must man Joey ja auch lassen So bekeuert Und verrückt Und komisch Und komisch Wie er auch ist Er hat's Glaube ich nie gelogen Ist immer ehrlich Was finde ich auch viel wert I don't need to make do I need to make snaps On these rods Sure Yeah the time will come What happens before we get paid is what? Franklin's asleep It's just me And you What? What you trying to say? You want me to tack you off or something? Jesus No God no Of course not Unless Man you's a sick fiend Just fiending for some friendship Friendship? Right Whatever man It's just Truckers are a symbol of this country No part of it's mythology like cowboys Gangsters Kobos Gangbang Truckers are about the unsexiest myth I ever heard Apart from hobos Maybe tied with hobos Freedom Loaners in the night You know what truckers do? Cut up women and get other dudes to jack them off Come to think about it Aside from not lugging freight around the country You got about all the necessary prerequisites for a fine career in hauling No shame in that If you don't want to get paid or enjoy human contact Money's bullshit So is friendship All right, all right, all right I see you still touching How's Franklin doing over there? Our dude getting paid to sleep Don't even worry about him Ah Sleep of innocence So he like in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead A puppet If you like With Devin Weston's hand up his ass Right up to the elbow That dude Real shame Ooh He's repulsive But Well once he's paid us He can be whatever we want him to be What you want him to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole Now that's something I want to see So uh Tell me man, how y'all end up meeting? Michael introduced us Me and Frank didn't exactly travel in similar circles Nah, I mean the creeper Michael? Ha, I don't know Yeah, you know Sorry, I don't want to... reminisce The wounds ain't healed You such a delicate little little bitch, ain't you? Where your pussy at? What you got in there? Screw you That's good, let it out, homie Go on, let it out Vent Oh shit, what's happening? Wake up you dozy motherfucker One time I was on a ride What you gonna do, homie Fearless, Deidre? Okay, shit, I got an idea Keep driving I'm gonna take the tricked out JB 700 And get rid of the tail Man, Molly said there'd be some hardware on board Shit, we'll see Hey, don't forget the headset, homie They must have waited till we was out of town Yeah, it looks like it, don't You are transporting stolen cars Pull a tiger to the side of the room Shit Green I don't want to sit down We have reason to believe you were transported stolen vehicles Pull up to the side of the room Fuck this Fuck this It's hard to get you I want you to fly now No one will get hurt Then I should have known if this would go wrong Jo, jetzt haben wir so einen Arsch für alle Autos. Wechseln wir doch mal. Hey, are you going to get these cops off us or what? Stop right now. I'll fight to us, dawg. Maybe you should have done the boost, Mr. CEO. But now get on to shit. Man, we need to save these rollers, nigga. Roller down. Give us some rope. Hey, this club is new. Man, fucking one time. Shit. Those stolen cars are gone anyway. Get these rollers off us. Watch the truck. Man, protect them motherfucking vehicles. Stop the truck. If we don't lose these cops soon, the drop off is blown. You should win a rush. We'll have a nice up every Monday. On the run, what the fuck is going on? What's going on? Come on, CEO. Deal with the one time. Was denn jetzt? Genau eine Sekunde zu langsam. Scheiße. Wir können nicht verlieren. So, das Buc war nicht hier. Man, du hast die Bucke direkt zu uns. Vielleicht sollte man den Bucke, Bucke. Bucke, Bucke. Bucke, 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 Bucke. Willst du die Bucke, Bucke? Bucke, Bucke! Ein Fertig! Bucke, Bucke! Bucke, Bucke! Bucke, Bucke! Das Auto hat mir ein bisschen Schaden dabei genommen. Das ist nicht so schlimm. Die Banken haben sie verletziert, um dich zu finden, seit dem Studio zu verletzieren. Du wißt du, dass es hier wäre? Du kannst uns sagen. Du bist nicht emotional. Wir warten auf Procopio Truckstop. Wir werden hier schnell. Wir nehmen die Fahrt in Procopio. Das ist nicht so schlimm. Ich bin ziemlich nicht so wie ich es gern hätte. Agent als nur ein Schild. Dass die für den Film wirklich so ein Auto haben. Und das ist nur eine Attrappe. Mit den Waffen drin. Und das ist nur ein Schild. Und das ist nur ein Schild. Der ist noch grob so langsamer geworden. Sollen die jetzt aber auch nicht too emotional werden, weil das Auto hier komplett kaputt ist vorhin. So. Spiel Geld. Hallo Franklin. Ja, wo Devin at? Somewhere meditieren oder rißen jemanden? In light of the drama your efforts caused, dass wir nicht vielleicht die beste Idee für Sie zwei zu sehen. Wo ist die Geld? Mr. Weston ist einer der größten Investoren der Welt. Er ist... Obviamente ein Maverick. Aber er ist auch rigorös in seine Forschung. Ja, er ist vielleicht ein Brick. Ich bin der erste zu sagen. Er ist nicht in Liebe mit deinem Mann. Wo ist meine Geld? Die beste Sache, die dich in dieser Situation hat. Er wird deine Geld, investieren in seine Alfa-Fund, und machen die Geld für Sie bei einem Zeitpunkt, als der Transfer nicht verwendet werden. Das ist eine politische Art von sagen, dass ich verabschiede bin? Bist du mich? Das ist eine kurzsichtige und, ehrlich gesagt, immatüre Art von sehen, Mr. Clinton. Lass uns gehen. Ich verabschiede die Fahrzeuge! Und verabschiede! Maturity ist nicht wirklich meine F***ing-Thing. Ja, ist rumgelaufen. Sieht irgendwie aus wie Michaels Auto. Ah, nee. Ein bisschen anders. Sollen Rollpunkte haben wir verpasst bei der Missionszeit. Der Rest passt. Na ja, haben wir einen neuen BNB. Dann rufen wir das an. Das war mir jetzt zu Franklins Tante. Also zum Haus. Von Franklins Tante wahrscheinlich. Eher. Oh Gott, ich glaub was andersrum. Dann rufen wir schneller, oder? Das spielt ja eigentlich vermutlich nahezu gar keine Rolle. Aber doch der Weg von Sims. Schickt uns andersrum. Dann einmal so rum. Mit Walkgeschwindigkeit. Das visst das macht das Wannk geschafft. Das hat wohl etwas şeyler. Das Geist das B Teuf ist ja nicht wahnsinnig. Vielen Dank.